Aber ich sag ganz ehrlich, man nutzt sie sowieso. Startpreis, nur 15 Euro. Riesenpaket, liebe Zuschauer. Riesenaktion. Kommen Sie jetzt schnell zum Telefon. Die sind unfassbar praktisch. Es gibt, glaube ich, nix, was... Doch, Goldfische kann man darin nicht aufbewahren. Für den Transport doch. Ja, aber da kriegt da keine Luft. Ach so, unter Wasser? Unter Wasser. Ist dem Goldfisch wurscht, ne? Mein Hobby ist ja Meerwasser-Aquaristik. Wenn ich ehrlich bin, im Zooladen hab ich das schon nie so gekauft. Ehrlich? Dann reingetan, ja. Okay, also dann fällt mir ehrlich, da fällt mir nix mehr an. Ja, aber bitte Kinder nicht nachmachen, nicht stundenlang umhertragen. Das muss man auch dazu sagen, weil es hält ja wirklich dicht. Was ist das Geheimnis? Und das ist das Geheimnis hier innen. Das ist dieser Dichtungsring, der auch wirklich komplett einmal drumrum geht. Ja, der hat keinen Anfang und kein Ende und dadurch hält natürlich alles dicht. Auch wieder alles leicht zu reinigen. Aromadicht? Aromadicht. Luftdicht? Luftdicht. Wasserdicht? Wasserdicht. Kommt kein Wasser rein und natürlich auch kein Wasser raus. Das finde ich ganz praktisch. Ihre Lebensmittel halten bis zu dreimal länger. Für Suppen, für Soßen, alles das können Sie hier wunderbar bevorraten. Können Sie auch bitte in die Mikrowelle geben. Da bitte nur den Deckel viermal hier an den Klicköhrchen öffnen und ganz lose locker drauflegen. Klicköhrchen? Die kennen das, die sagen, kenne ich schon, weiß ich schon, braucht ihr mir nichts mehr erklären. Weil es praktisch ist, hier, wir haben es hinten auch nochmal draufgeschrieben, damit Sie sehen, dass Sie halt lebensmittelecht sind. Ja, das ist das Zeichen hier, lebensmittelecht. So, genau, das ist hier das Zeichen, lebensmittelecht. Dann können Sie natürlich einfrieren bis minus 20 Grad, ist ganz klar. Dann dürfen Sie natürlich ausdrücklich erlaubt auch in Ihre Spülmaschine und, was ich ganz toll finde, ich kann es in die Mikrowelle geben, aber da wie gesagt nur einfach hier den Deckel ganz locker drauflegen, dann ist das gleichzeitig der Spritzschutz. Ich kann damit einfrieren, ich kann damit erhitzen, schmoren, dämpfen kann ich damit. Alles bleibt frisch, alles bleibt knackig. Wurscht, Aufschnitt, hält damit ein bisschen länger. Gemüse, Dinge, die Sie schon vorgekocht haben, können Sie wunderbar aufbewahren. Sie können es mit in die Arbeit nehmen. Auch marinieren jetzt. Da kann man auch mal ein Müsli morgens, das ist ganz praktisch. Würcher Müsli schon mal fertig machen. Ja, vor allem, ich kann ja hier zum Beispiel auch meinen Salat reingeben und hier zum Beispiel meinen Salat-Dressing. Schauen Sie mal, da haben Sie beides dabei. Stimmt. Und dann mischen Sie sich das selber an, wenn Sie halt die Zeit haben, in Ihre Pause zu gehen. Überhaupt sind diese kleinen Dösen genial praktisch. Ich mag die richtig. Viele geben hier Medikamente rein. Medikamente, die werden da nicht feucht. Ja. Viele geben hier auch kleine Nähutensilien, Sicherheitsnadeln, Reißzwecken. Ja. Und, und, und. Also wenn Sie Dinge haben, die Sie einfach gut verschlossen verstauen wollen, nehmen Sie sich unser Frischhalte-Dosen-Clicket, das Markenprodukt. Zweimal oder dreimal mit, liebe Zuschauer. Zwei-Uraute, drei-Uraute. Das passiert nicht. Einmal Versandkosten. Die Örchen halten einfach. Das ist so erprobt, ja. Die fallen nicht ab. Das ist super praktisch. Es macht richtig Freude. Und wie gesagt, nutzen Sie die in Ihrem Haushalt. Nicht nur in der Küche, im Kinderzimmer, in der Garage, im Bahn. Die werden Verwendung finden. Sehen noch dazu toll aus, muss ich dazu sagen. Schöne Farbe. Absolute Trendfarbe. Auch 2015. Und hier auch mehrfach zugreifen. Bei welchem Preis liegen wir denn jetzt? Oh Gott, das ist ja echt ein wahnsinnig Preis. 13 Euro da wirklich doppelt und dreifach mitnehmen. Smaragdgrün. Leider kommt das im Fernsehen ein bisschen anders rüber. Das ist Smaragdgrün. Also richtig schön. Ich finde es toll. Ja. Ich mag diese Farbe. Und ich finde auch die Reinigung halt wichtig. Wie gesagt, ich kann es in die Sprühmaschine geben. Und bei mir kriegen Sie nach wie vor immer Füßchen. Und ich möchte noch mal eine Lanze brechen, liebe Zuschauer. Für unser Kombi-Angebot in dieser Stunde. Diese fantastische Edelstahlschüssel. Sie können natürlich das da oben alles abnehmen. Da können Sie wunderbar auch einen Kuchenteig anrühren. Ich habe gestern mal schön Waffeln wiedergebacken nach langer Zeit. Steht super schön, weil Sie die Anti-Rutsch-Oberfläche da unten drauf haben. Und Sie können, wie gesagt, hier oben entweder Deckel drauf oder Sie können hier einfach mal schön schnell mal noch Schokolade reinraspeln und, und, und. Also ich finde das eine geniale Sache für nur 8,90 Euro. Verschiedene Aufsätze gibt es hier mit dazu. Ich würde das unbedingt mit dazu nehmen. Ja, vor allem Edelstahlschüssel. Edelstahl. Ja, eben. Du zahlst ja für die Schüssel schon 15 Euro, wenn du die einzeln kaufst. Und dann hier mit diesen ganzen Aufsätzen dazu. Das ist auch nochmal meine Empfehlung. Und bei den Frischhalte-Dosen, bitte unbedingt in die Leitung kommen, liebe Zuschauer. Spülmaschinenfest, super unkompliziert. Die dürfen aber runterfallen. Die kann ich wunderbar ineinander stapeln. Die sind einfach praktisch um alles. Irgendwie aromadicht. Ich habe jetzt, meine Eltern sind zu Besuch, ich habe so einen wunderbaren Stinkelkäse, so einen Limburger gekauft. Oh, den lieben wir alle, aber riechen mag man ihn nicht. Ja, wenn du den so in den Kühlschrank stellst, machst du die Tür auf und denkst so, oh, jetzt essen wir ihn schnell. Ja, oder jetzt die Zwiebeln. Die Zwiebeln für den Flammenkuchen, das haben wir halt auch so gemacht. Da haben wir halt einen schönen Teig gemacht, dann habe ich halt die ganzen Zutaten, ob Speck, ob Zwiebeln, schön hier hineingegeben, Deckelchen aufgemacht. Und dann konnte sich jeder zu Hause einen Flammenkuchen selber überlegen. Also solche Einfallsachen, das können Sie alles zu Hause umsetzen. Es ist einfach praktisch. Man muss bevorraten und vor allem, man sollte auch frisch halten, weil das spart Ihren Geldbeutel, denn hier halten die Lebensmittel bis zu dreimal länger. Absolut. Auch gerade so kleine Anschnitte, Knoblauch, Limette, Zitrone. Für einen Preis von 12 oder 11 Euro. Alles hier rein. Einfach praktisch, unkompliziert und vor allem, liebe Zuschauer, das sind die Original-Max-Cuisine, die Sie aus dem Fernsehen kennen. Man muss mittlerweile ein bisschen aufpassen. Es gibt viele Kopien und die Kopien, du hast es gerade eigentlich genau erklärt, die Kopien haben oft zwei Problemstellen. Das ist einmal, dass der Dichtungsring nicht dicht ist und zweitens, dass die Hörchen abknicken. Also, wenn Sie Markenqualität kaufen, haben Sie das nicht? Das hören Sie, dieses Klick, Klick. Das ist dieses Klick, das hören Sie auch. Die Qualität hören Sie. Das stimmt. Das ist halt das Praktische. Das stimmt. 128 Plätze frei für 11 Euro. Wahnsinn, was für ein Preis. Mensch, Emmy ist dabei, Bayer dabei, Hartmuh mit dabei, BK65, Bäuselein, Kurkel. Ich hätte eine Bitte. Bleiben Sie doch mal kurz am Telefon, liebe Zuschauer, dann kann ich mal für eine Minute die Stimme schonen. Und Sie berichten unseren Stammzuschern. Das wäre auch ganz schön. Ja, richtig. Einfach mal, lassen Sie sich mal durchstellen. Ich soll mal die Klappe halten, oder was? Das war ein Bindestrich dazwischen. Ach so. So, bleiben Sie mal ein Gedankenstrich. Ich habe die Gedanken genau gesehen. Bleiben Sie mal kurz in der Leitung. Was haben Sie zu Hause? Haben Sie die schon daheim? Bestellen Sie die nach. Was bevorraten Sie dort drin auf? Wofür benutzen Sie es am meisten? Bleiben Sie mal in der Leitung. Ich würde mich sehr freuen, während wir hier auf 10 Euro runterpurzeln. 100 Pakete frei. 105 Plätze frei. 105 Plätze? Und das ist so praktisch. Also jeder muss doch was bevorraten. 10 Euro. Ich bin völlig schockiert. Ja. Es stimmt doch nicht. 10 Euro. 10 Euro. 90 Plätze frei. Ist schon jemand in der Leitung? Hallo? 9 Euro. Was soll ich da noch sagen? Ja. Also sieben Bevorratungsdosen. Sieben. Vor allem auch wieder die Größen. Hier ist es ja das Praktische. Wir haben jetzt hier die großen. Wie gesagt, Mehl, Zucker können Sie da reingeben. Da kann man auch so knappe Reihen rein machen. Wenn Sie Chips haben, ja? Die Chips haben Sie nicht aufgegessen. Dann werden Sie nicht lätschert. Dann werden die Chips total latschert. Ja, jetzt aber nicht mehr. Genau das gleiche wie Salzstix. Rein. Rein in eine Frischhalte-Dose. Damit Sachen, die knackig und kross bleiben sollen, auch knackig und kross bleiben. Richtig. Ob ich meine Stimme über Nacht da reinpacken kann? Äh, dann bleibt sie ja so, wie sie jetzt ist. Zu allen Ernstes, ist das das besser fürs Bitmarken? Doch, mit Sicherheit. 50 Plätze. Bütze. Zweimal bestellt. Gibt gleich noch einen leckeren Tee. 9 Euro. Die dürfen in die Spülmaschine. Ja. Die sind ineinander stapelbar. Richtig. Und das sind die original. Das stimmt, original. Und Sie kriegen alle. Boah. Wahnsinn. Ich bin schockiert. Erstaunt und entsetzt zugleich. Das muss man dazu sagen. Für unsere Kunden ist es natürlich super. Es ist ein super Preis für die Kunden. Umso günstiger unsere Kunden das mitnehmen. Deswegen ist es ein Kennenlernpreis. Also wirklich hier auch zuschlagen. Ganz ehrlich, für 9 Euro, ich würde mehrfach zuschlagen. Ich auch. Bei so einem kleinen Preis kriegen Sie bei uns kaum, liebe Zuschauer. Sie werden sie lieben. Sie werden sie lieben. Ich musste jetzt meiner Mutter welche wieder zurückgeben, weil ich von meiner Mutter, die mit stibitzt habe. Wie gesagt, die kriegen Füßchen. Die werden auch bei Ihnen Füßchen. Also über diese kleptomanisch veranlagten sollten wir uns mal unterhalten, mein Lieber. 18 zu 17. Oh. Das kommt davon. Oh. 8 Euro. 8 Euro. Die verfolgen uns heute die 8 Euro irgendwie, ne?